Heute möchte ich über ein Ereignis sprechen, was sich im Jahr 2009 in Venezuela ereignet hatte. Ein Ereignis, was so grausam und fürchterlich war, welches sich im Laufe der Zeit in den südamerikanischen Medien weit verbreitet hatte. Und zwar handelte es sich hierbei um das sogenannte Massaker von Los Manicheros. Bei diesem schrecklichen Ereignis wurden damals, am 11. Oktober 2009, in La Tala, ein Ort im Bundesstaat Tashira in Venezuela, genau zwölf Mitglieder einer kolumbianischen Fußballmannschaft mit dem Namen Los Manicheros, was übersetzt die Nusshändler bedeutet, entführt, wodurch der gesamte Fall auch später seinen Namen bekam. Die Mannschaft bestand damals aus Männern im Alter zwischen 17 und 38 Jahren, welche allesamt von Beruf Nusshändler waren, daher auch der Vereinsname. Später, am 24. Oktober 2009, wurden dann elf der Fußballmannschaftsmitglieder an mehreren Orten im Bundesstaat Tashira in Venezuela mit mehreren Schusswunden tot aufgefunden. Die entführten Männer waren meist Kolumbianer, worunter einer Peruaner und ein anderer Venezuelaner war. Jedoch gab es unter den vielen Toten einen einzigen Überlebenden der entführten Fußballmannschaft, der später bei den kolumbianischen Behörden sehr wichtige Aussagen gegenüber den Entführern machen konnte. Beim Überlebenden handelte es sich um den damals 19-jährigen Manuel Cortes, der trotz einer Schusswunde in den Nacken überlebte. Als jedoch ein verdächtiger Mann festgenommen wurde, der versucht hatte, Cortes ohne Erlaubnis im Krankenhaus zu besuchen, wurde für den Überlebenden die Sicherheitsstufen von den kolumbianischen Behörden erhöht, da man vermutete, dass auf Cortes ein Attentat verübt werden könnte. Somit wurde Cortes schnell in einem separaten Militärkrankenhaus unter Bewachung gestellt, um später als wichtiger Kronzeuge zu dienen. Cortes gab bei seinen Befragungen durch die Behörden an, dass er und die Getöteten damals von mindestens 25 bewaffneten, schwarz gekleideten Unbekannten auf einem Fußballfeld überrascht wurden. Sie sollen allesamt in Lieferwagen entführt und später an einem unbekannten Ort verschleppt worden sein. Dort sollen sie dann alle an den Hälsen an Bäume gekettet worden sein und zwei Wochen in diesem Zustand im Freien in der Sonne verbracht haben. Durch diese Aussage von Cortes wurden sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt und viele Polizeibehörden aus Kolumbien und Venezuela machten sich an die Arbeit, die Entführer und Mörder der Fußballmannschaft zu suchen und zu finden. Später wurde durch ein Sprecher der Regionalregierung von Venezuela dann auch Angaben über die Verdächtigen zum Fall preisgegeben. Und zwar soll eine in Venezuela operierende Einheit einer kolumbianischen Guerilla-Gruppe, die sich Nationales Befreiungsheer, kurz ELN, für die Entführung und Ermordung der elf Fußballspieler verantwortlich sein. Die offenbar die Mannschaft aus politischen Beweggründen entführt und später ermordet haben sollen. Was aus den Tätern wurden, beziehungsweise welche Strafen sie für ihre Taten bekamen, ist laut Quellen zufolge unbekannt. Auch ist unbekannt, was aus dem Überlebenden Manuel Cortes wurde, von dem ich bei meinen Recherchen auch kein Bildmaterial finden konnte. Der kolumbianische Präsident Alvaro Uribe nannte dieses grausame Ereignis eine bedauerliche Tat. Hinzu sagte er noch, dass dieses Massaker ein Beispiel dafür sei, dass, Zitat, Terrorismus international ist und dass er keine Grenzen hat. Zitat Ende Wie bereits erwähnt, bei meinen Recherchen konnte ich nicht herausfinden, was am Ende des gesamten Falls aus den Opfern, den Tätern und dem Überlebenden wurden. Jedoch alles in allem war dies eines der bisher grausamsten Fälle im südamerikanischen Raum und was auch dort, vor Ort, nicht so leicht zu vergessen ist. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, ihr fandet dieses Thema interessant. Ich wollte es unbedingt in diesem Video mal ansprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst noch bitte ein Like und ein Abo da. Ihr wisst, das würde mich sehr freuen. Schreibt auch eure Kommentare hier unter dem Video zum Thema. Und wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich... Gehabt euch wohl! Geht euch wohl!